servus leute ich bin der renten wir spielen call of duty advanced warfare weiter hier ist part 3 ich habe eine semtex haftmine gefunden bzw bekommen aufsätze für das asm 1 habe ich immer noch nicht den rest lass ich glaube ich einfach so wie es ist wir versuchen noch vz hardstyle zum spiel einzuladen der ist zwar gerade in einem match aber vielleicht haben wir glück und er kommt mit nähe kommt nicht mehr mit rein scheiße war es ja wie ihr schon gemerkt habt bin ich ein ziemlicher aber das kriegt man trotzdem bin ich bin jetzt level 11 level 50 ist das ziel erst mal und das spiel beginnt jetzt gleich alles klar ich nehme meine eigene klasse wieder geht los heute aufschalten alles klar jetzt geht's ab oh gott die map ist ja cool aber ich kenne mich kein meter aus jawohl wer die führung geile scheiße ich komme nicht raus what the fuck endlich meine fresse auf kurzer distanz ist so eine submachine ganz ziemlich gut auf weite distanz eher nicht aber ich habe ja meine andere mein anderes gewehr habe ich mir als sekundäre waffe angelegt und zwar die hier die ball 27 ich hoffe mal die bringt jetzt so ein bisschen mehr tontaubenschütze im ersten part war ich mir nicht sicher ob die die bonus waffen die man bekommt von zeit zu zeit ob sich das aufsammelt mit seinen kills ja tut es anscheinend habe ich im letzten oder vorletzten part rausgefunden so da war ein bastard wir haben die führung verloren ja ich treffe aber auch gar nichts ich baller dumm durch die gegend rum wie so ein mongo ich habe was getroffen unglaublich komm mit junge ach gott kommt doch mit junge alles weil er nicht mitgekommen ist arschloch so für die map ist glaube ich die ball 27 einfach besser wobei ich ja nicht wirklich so viel so viel gute waffen habe übrigens die sprint taste also der linke analog stick scheint wohl auch in der luft zu funktionieren ja was ziemlich geil ist habe ich vorher nicht gewusst ich habe die singleplayer kampagne noch nie gespielt ich habe auch jetzt drei parts am stück aufgenommen oder das ist jetzt der dritte glaube ich ja der dritte oder der vierte müsste der dritte sein das läuft ja gar nicht so schlecht für mich ne ich glaube die kacksau ist schon tot oder versteckt sich hier so wenn die drohne online ist dann gehe ich jetzt mal hin verschanzt mich hier ungültig ja leck mich gut so steigen der wäre erspät der wäre erspät doch dann ist es erspät 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 doch dann ist es viel zu erspät hey läuft ja cool läuft ja scheiße gut aber ich bin nicht tot es ist wenigstens etwas aber man muss immer so die positiven Dinge im Leben sehen ne nicht nur ich sterb die ganze Zeit sondern ich bin jetzt noch nicht gestorben ne das ist schön okay mehr Gegner wäre jetzt in dem Fall auch schön nicht alle auf einem Haufen aber wenn ich oh Gott hahaha oh man fuck der kam reingeschlittert so ich warte dass hier vielleicht jemand kommt tut er aber nicht wo ist der andere wo ist der andere ach hab ich dich doch noch erwischt ok spring mal hier mal drüber ist die Drohne noch online vermutlich schon ne es scheint mehr hinter mir abzugehen fuck wobei ist eigentlich nicht schlecht Waffen mir halbwegs hahaha was ging da ab ey ja ich habe es schon mal erwähnt das Spiel spielt sich doch ziemlich smooth feindliche Vorräte kommen feindliche Vorräte ja leckt mich fett ok ich krieg den Brief von Mami oder was so feindlicher Raketenschlag verfündete Drohne über uns fuck es hat nicht sollen sein feind auf dem Dach des Gesegnisses gut wenn ihr das sagt warum ist da ein atomares Zeichen auf dem Radar what the fuck was ist das das wird heftig macht sich fertig äh ich musste es einfach mal ausprobieren kacke ich habe noch gedacht da kommt da irgendwo und war da noch blöd genug runter zu schauen ich habe es verdient oh Gott oh Gott ah die Snipern jetzt die Wichse gut ja Camper gibt es überall auch in Kot AW anschein kein Camper aber trotzdem mich hart gefickt na ach Kack Sniper Arschloch hässliches wo ist er ich feier wieder mein Kompick oh Gott ja das war's Sentinel 75 ähm dieses Mal leider nur ein Match ich bin ziemlich ausgelaugt bin auf Platz 2 weil wahrscheinlich so viele aus der Gruppe raus sind äh 11 9er KT ist ganz okay Leute danke fürs zuschauen und bis zum nächsten Mal noch mal erst will pl operated bis zum nächsten Mal do noch ein